Kirene Hotel. Sehr schönes Zimmer. Und ich habe das schon gekauft. Ich habe einfach geflaggt, junge, couple, also young couple. Wo ist der Supermarkt? Die haben sehr schön geantwortet. Ich bin sehr müde. Also ich habe noch gar nichts gegessen deswegen. Und ja, da war mega im Mech. Genau, mega im Mech ist sehr, also wie Kastat. Also gibt es viele Bio Sachen. Und ein bisschen kostet mehr als normales Supermarkt. Also gibt es viele gesundes. Und ich habe ein schönes gekauft. Das war etwas. So eine Potato Chips. Ja. Und dann Chio. Auch Potato Chips. Also ich habe schon ähnliche Sachen in Deutschland schon gefunden und gegessen. Vielleicht mag ich das. Dann einmal Rumania Bier. Also ich probiere alles aus Marokka. Das ist am wichtigsten Sache von heute. Laim Cola. Ich habe niemals gesehen. Wirklich. Laim Cola. Das ist sehr selten. Das ist ein bisschen spannend. Dann Rum Chocolaté. Also Rum Chocolaté ist sehr beliebt. Ja, okay. Jetzt mal kurz dann und sehen wir. Das ist ein bisschen wie Kekse. Das ist ein bisschen wie Kekse. Das ist keine. Und dann wurde ich lieber was. Dann bin ich sicher. Und da bin ich ja noch cool. Dann bin ich wirklich sehr schön. Das ist eine Kekse. Das ist kein Kekse. Ja, Oleg. Wo ist das Kakao? Kakao ist das Kakao? Die sind Kakao mit den Kakao. ZE Jäger sind die Kakao. Das ist Kakao ist das Kakao. Ich liebe das ja, aber beide sind Romm als Schokolade aus Romm sehr lecker finde ich Ich liebe das, ich liebe das, ich liebe das. Ich liebe das, ich liebe das. Das ist ein. Es schmeckt Ketchup, das ist es. Also, wickle Hireka. Oh my god, wickle Hireka. Maje de uma. Well made, wickle. I like it. I like it. Ahhhh Lime Cola. It's like a lime. It's like a lime. It's like a alcohol. I like it. I like it. I like it. I like it. I like it orchard. Das ist auch sehr schön, aber ich finde, dass es etwas weniger ist. Das ist sehr schön. Ich muss es fangen. Ja, heute heute Happy Wünscheid. Ich hoffe, dass du heute einen Tag, und dann wieder einen Tag. Und dann einen Tag. Das ist Rydern, nicht mein Nisch, Kiesemack. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020